Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wenn das Kind beginnt zu schmatzen und sich die Lippen zu lecken, macht sie dasselbe. Ein Laut und auch den wiederholt sie. Intuitiv spiegelt die Mutter das Kind. Säuglingsforscher haben dieses komplexe Zusammenspiel als einen Tanz zwischen Mutter und Kind beschrieben. Das Füttern und Umsorgen, also die natürlichsten Handlungen überhaupt, sind hochkomplexe Vorgänge. Die Gehirne von Mutter und Kind laufen auf Hochtouren. Besonders aktiv ist eine bestimmte Art von Nervenzellen, die Spiegelneurone. Es sind Nervenzellsysteme, die eine Erscheinung erklären, die wir in der klassischen wissenschaftlichen Neurologie nie ernst genommen haben, nämlich die Fähigkeit des Menschen intuitiv zu verstehen, was andere Menschen fühlen und denken. Prof. Joachim Bauer von der Universität Freiburg erforscht wie kaum ein anderer in Deutschland, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir mitfühlen. Seine These, das Mitgefühl ist den Menschen angeboren. Und die Wissenschaft steht vor der großen Lernaufgabe, Dass wir erkennen, dass wir als Menschen von der Natur aus als Lebewesen konstruiert sind, die zu Empathie fähig sind und die Empathie auch tatsächlich anwenden sollen. Empathie heißt also die Fähigkeit, sich in den anderen Menschen einzufühlen, seine Perspektive einzunehmen, zu verstehen, was seine Motive sind. Dass wir also von der Natur aus als Lebewesen konstruiert sind, die sozial einfühlsam und mitfühlend sein können. Man muss keine Mutter sein, die sich um ein Kleinkind kümmert. Jeder von uns kennt Situationen, in denen er intuitiv kommuniziert. Jemand lächelt und instinktiv lächelt man zurück. Jemand gähnt und sofort öffnet man selbst den Mund. Und oft passiert es, dass man plötzlich versteht, was ein anderer fühlt. Man spürt dessen Freude oder Schmerz in sich selbst. Bisher schienen diese Resonanzphänomene wie magische Zauberei zu sein. Doch seit kurzem kann die Wissenschaft sie im Körper nachweisen. Die Spiegelnervenzellen sind die Grundlage für Intuition und Empathie. Sie organisieren Handlungen und machen Gefühle bewusst. Wie Antennen helfen sie dem Gehirn dabei, sich mit der Umwelt auszutauschen. Der Entdecker der Spiegelneurone ist Giacomo Rizzolatti von der Universität Parma und er kam ihnen Mitte der 1990er Jahre durch Zufall auf die Spur. Ein Zufall, der die Neurobiologie revolutionierte. Eigentlich wollte der italienische Forscher nur untersuchen, welche Nervenzellen im Gehirn von Affen aktiv sind, wenn sich diese bewegen. Man kann sich das so vorstellen, als würden bei einer Bewegung im Gehirn die beiden Comicfiguren Asterix und Obelix zusammenarbeiten. Eine Art von Nervenzellen ist wie Asterix. Sie hat einen schlauen Plan für Handlungen. Die andere Art von Nervenzellen verhält sich wie Obelix. Sie wird durch den Plan aktiv, sorgt also dafür, dass der Körper auch wirklich reagiert. In einem Experiment wollten die Forscher der Universität Parma herausfinden, wie dieses Zusammenspiel der Nervenzellen funktioniert. Sie setzten Makakenaffen Elektroden ins Gehirn und maßen, welche Nervenzellen Signale aussenden, wenn die Affen nach einem Stück Obst oder einer Erdnuss greifen. Doch plötzlich trauten die Wissenschaftler ihren Augen nicht. Dieselben Nervenzellen wurden auch aktiv, als ein Mitarbeiter nach einem Apfel griff. Es reichte, dass die Affen beobachteten, wie das Futter geholt wurde. Durch die Beobachtung entstand im Gehirn der Affen offenbar eine Art Spiegelbild der beobachteten Aktion. Sogar ein einzelnes Geräusch, das Knacken einer Erdnuss, hatte denselben Effekt. Spiegelneurone nannten die Forscher die neu entdeckten Nervenzellen. Inzwischen geht die Wissenschaft davon aus, dass nicht nur Tiere, sondern auch Menschen über dieses besondere Spiegelsystem im Gehirn verfügen. Dank bildgebender Verfahren wie der Kernspintomographie kann die Wissenschaft auch tief ins menschliche Gehirn blicken. Die moderne Technik macht deutlich, dass bei einem Sender und seinem Spiegelbild dieselben Gehirnregionen aktiv sind. Eine weitere Untersuchung der Universität Parma. Der Spiegelneuronen-Forscher Giovanni Bucchino ließ einen Gitarristen spielen und beobachtete dabei die Hirnaktivität von Testpersonen, die nicht Gitarre spielen konnten. Alleine das Zuschauen aktivierte im Publikum dieselbe Hirnregion wie beim Gitarristen. Das Spiegelsystem im Scheitel- und Frontallappen des Gehirns. Doch nicht nur Bewegungen werden gespiegelt, auch Gefühle, die mit Sinneseindrücken wie Gerüchen verbunden sind. 2003 ließ der Biopsychologe Christian Kaisers vom Neuro-Imaging-Center im niederländischen Groningen Versuchspersonen emotionale Videofilme anschauen. Ekelte sich die Person auf dem Bildschirm, wurde auch im Gehirn des Zuschauers dessen Ekelsystem aktiv. Joachim Bauer ist Internist, Psychiater und Professor für Psychoneuroimmunologie. Er erforscht für die Universität Freiburg das Phänomen der Spiegelnervenzellen beim Menschen. Normalerweise ist es so, dass Nervenzellen, die wir in unserem Kopf, in unserem Gehirn haben, ja Dinge organisieren, die im eigenen Körper stattfinden. Und eine Untergruppe von diesen Nervenzellen, die wir in unserem eigenen Gehirn haben, ist nun auch in der Lage, dann aktiv zu werden, wenn Dinge im Körper eines anderen Menschen stattfinden. Das heißt also konkret, ich sehe zu, wie jemand in meiner Familie zu Hause aus Versehen sich mit der Brotschneidmaschine die Fingerbeere abschneidet. Ist sehr unangenehm. Alleine, dass ich jetzt darüber spreche, wird vielen Zuhörern einen Schmerz einjagen. Das ist genau die Aktion der Spiegelneurone. Das heißt, ich sehe oder höre vom Schmerz eines anderen Menschen. Mein Gehirn nimmt diese Information auf und in mir selbst werden jetzt Schmerzneurone aktiv und geben mir ein Gefühl von Schmerz. Auch der Schmerzforscher Prof. Walter Ziegel-Gensberger vom Münchner Max-Planck-Institut für Psychiatrie beobachtet dieses Phänomen des menschlichen Spiegelsystems. Es ist einfach faszinierend zu sehen, dass zum Beispiel jemand, der einem nahe steht und der beobachtet, dass man leidet, dass man Schmerzen hat, plötzlich auch in seinem Gehirn ganz ähnliche Strukturen aktiviert, die auch aktiv wären, wenn er den Schmerz selber hätte. Das sind Strukturen, die natürlich nicht nur bei Schmerz aktiviert werden, sondern ganz generell. Wir wären sonst zum Beispiel auch gar nicht in der Lage, dieses Gespräch jetzt zu führen, wenn ich mir nicht ungefähr vorstellen könnte, was sie denken, wie sie denken, wie ihre Gestimmtheit im Moment ist. Deswegen ist es unheimlich wichtig, dass wir in der Lage sind, den anderen einzuschätzen. Das erzeugt natürlich aber auch Sympathie oder Mitleid. Wir nennen es Empathie in unserer Fachsprache, dass man in der Lage ist, den anderen dort abzuholen, wo er ist. Dieses Mitfühlen ist im Prinzip eine Interpretation des eigenen Gehirns. Über die Sinneskanäle wird normal wahrgenommen, doch dann folgt gleichzeitig damit auch die Verarbeitung im eigenen Oberstübchen. Die Spiegelneurone können nur aktiv werden, wenn wir die entsprechenden Informationen über die Befindlichkeit des anderen Menschen aufnehmen. Wie nehmen wir diese Informationen auf? Vor allem, indem wir die Sprache, aber auch die Körpersprache des anderen Menschen wahrnehmen. Also wir sehen an der Mimik, am Gesichtsausdruck also, oder an den Blicken, oder an der Stimme des anderen Menschen, erkennen wir, wie sich der andere Mensch fühlt. Und das führt dann zu einer spiegelbildlichen Mitaktivierung der entsprechenden Programme in uns selbst. Wir sehen zum Beispiel einen fröhlichen Menschen um uns herum, der irgendwas Wunderbares erlebt hat und der sich glücklich fühlt. Und wir erleben, wie er seinen Gesichtsausdruck will hören, wie sich seine Stimme verändert, wenn er spricht oder wenn sie spricht. Und diese Informationen werden von unserem Gehirn wahrgenommen, weitergeleitet an unsere eigenen Glückszellen, wenn Sie so wollen. Und die fangen jetzt plötzlich an, auch aktiv zu werden, sodass sich das Glück dieses anderen Menschen auf mich überträgt und mich sozusagen emotional ansteckt. Das ist die Arbeit, die die Spiegelneuronen machen. Dasselbe gilt natürlich auch umgekehrt. Auch die negativen Gefühle, beispielsweise gestresster Menschen, werden über das System der Spiegelnervenzellen wie durch einen Schwamm aufgenommen. Wir erkennen den Stress zum Beispiel an der Stimme oder an der hektischen Bewegungsart oder an der Mimik, am Ausdruck der Augen. Und all das, was wir an einem gestressten Menschen wahrnehmen, an körpersprachlichen Zeichen, führt über unsere eigenen Spiegelneuronen dazu, dass wenn wir in längerer Zeit mit so einem Menschen zusammen sind, dass wir uns am Ende selber ganz krank und gestresst fühlen. Welche Filme wir im Fernsehen sehen, welche Freunde wir treffen oder was sich an unserem Arbeitsplatz abspielt, all das beeinflusst uns bis in die Zellen unseres Gehirns hinein. Wir verändern uns durch das, was wir in den Beziehungen erleben. Unsere Gene steuern nicht nur, sie werden auch gesteuert, indem das Gehirn auf Umwelteinflüsse reagiert. Ein Beispiel? Ein Lehrer kommt morgens zur Arbeit und versammelt sich mit den anderen 20 Kollegen des Teams im Lehrerzimmer. 18 fühlen sich frisch und freuen sich auf den Unterricht. Aber zwei Lehrer sind gestresst und ausgebrannt. Sie klagen über ihren Magen und die Gelenke und innerhalb weniger Minuten bringen sie den Rest des Kollegiums dazu, sich auch schlecht zu fühlen. Schuld an der Ansteckung sind die Spiegelnervenzellen. Nicht nur im Lehrerzimmer, auch bei der Familie oder Partnerschaft zu Hause oder bei einem Gespräch auf der Straße sind sie aktiv. Denn egal, wo wir sind, immer stecken wir uns gegenseitig mit dem an, was wir in uns haben. Die Neurobiologie liefert nun neue Argumente für Beziehungshygiene und bewusste Kommunikation, für Mitarbeiterführung und Motivation, aber auch für Pädagogik und kritischen Medienkonsum. Doch warum sind manche Menschen sensibler und einfühlsamer als andere? Wir entwickeln das System der Spiegelneurone und damit verbunden die Fähigkeit zur Empathie nicht automatisch. Die in uns angelegten Spiegelnervenzellen müssen aktiviert werden. Die entscheidende Phase für die Entwicklung von Empathie und Mitgefühl ist zwischen der Geburt und dem etwa dritten, vierten Lebensjahr. Warum? Weil wir mit der Geburt alle mit einer Grundausstattung an Spiegelnervenzellen geboren werden und weil im dritten, vierten Lebensjahr wir bei gesund aufwachsenden Kindern zum ersten Mal ein Zeichen, eine Fähigkeit entdecken, dass sie selbst empathisch mit anderen sein können. Also das ist der wunderbare Moment, wo ein drei- oder vierjähriges Mädchen, seine Mutter, die sich wehgetan hat, tröstet. Das kann das Kind aber nur tun, wenn es durch seine Eltern vorgelebt bekommen hat, was Empathie bedeutet, wenn es von ihnen gut gespiegelt wird. Die renommierte Säuglingsforscherin Prof. Mechthild Papuschek spricht in diesem Zusammenhang von intuitiver elterlicher Kompetenz. Im Kinderzentrum München hilft man Eltern im geschützten therapeutischen Rahmen dabei, ihrer Fähigkeit, das Kind zu spiegeln, zu vertrauen. Wir reden mit der Mutter, die hat das Baby auf dem Arm, das Baby ist zunächst quenglich und auf einmal wird es so ein bisschen ruhiger, schaut auf einmal die Mutter an. In dem Moment hören wir direkt auf mit dem Gespräch und sagen, ach, die schaut sich gerade so schön an. Jetzt sagen sie ihrem Baby einfach mal was Schönes. Wir helfen der Mutter, dass sie das macht, halten uns selbst dann ganz zurück. Das Baby erlebt jetzt Selbstwirksamkeit. Ich habe etwas bewirkt bei meiner Mama. Sie schaut mich an, sie redet zu mir. Und die Mutter erlebt jetzt, dass das Baby darauf auf ihre Intervention dann positiv reagiert. Erlebt das Kind, die Mutter bzw. andere wichtige Bezugspersonen als mitfühlende Wesen, die Emotionen spiegeln, wirkt das auch auf der molekularbiologischen Ebene, sprich bis in die Nervenzellen hinein. Kinder müssen vom ersten Tag an einfühlsame und liebevolle Behandlung durch ihre Bezugspersonen erfahren. Und genau diese Behandlung ist das ideale Training für die Spiegelneuronen des Säuglings und des Kleinkindes. Und wenn diese einfühlsame Behandlung stattfindet, dann kann das Kind selber irgendwann etwa im dritten, vierten Lebensjahr Empathie entwickeln. Aber auch das Gegenteil ist möglich. Erfährt das Kind in den ersten Jahren nach seiner Geburt keine liebevolle Zuwendung, wirkt sich das auch auf das Gehirn des Kleinkindes und damit des späteren Erwachsenen aus. Spiegelneuronen-Forscher Prof. Joachim Bauer. Wenn das Kind einer Vernachlässigung ausgesetzt ist, also andauernder und fortgesetzter Lieblosigkeit, oder gar wenn das Kind traumatisiert wird durch Gewalt, das zeigen verschiedene Untersuchungen, dann gehen offenbar diese Spiegelneuronen kaputt, dann kann das Kind keine Empathie entwickeln und stattdessen kommt es zu einem gefühllosen und durchaus auch zur Gewalt neigenden Verhaltensmuster. Wir wissen, dass alle diese tragischen Persönlichkeiten, die später psychopathisch sich entwickeln und eine Neigung zum Quälen oder zum Töten anderer Menschen entwickeln, also wir wissen, dass alle diese schweren psychopathischen Straftäter selber in ihrer Kindheit massivst, und zwar ausnahmslos massivst, von schwerer Gewalt und Vernachlässigung betroffen waren. Da die Spiegelnervenzellen bereits auf das Beobachten von Gewalt reagieren, bekommt auch die Diskussion über den richtigen Medienkonsum eine ganz neue Dimension. Denn was das Kind am Computer spielt oder welche Filme es sieht, beeinflusst über die Spiegelnervenzellen sein Gehirn. Wenn ein Kind vier Stunden, fünf Stunden solche Dinge beobachtet in einem Gewaltvideo oder sogar im Killerspiel selber diese Spiele spielt, dann müssen wir uns im Klaren sein, dass hier natürlich die Spiegelneuronen dieses Kindes eine Eintrittspforder sind, die hier bestimmte Vorstellungen in dieses Kind hineinfließen lassen und auch vielleicht potenzielle Handlungsprogramme natürlich aufgenommen werden von diesem Kind. Das heißt nicht, dass das dann sofort selbst gewalttätig wird, aber es werden sozusagen Bahnungen in dieses Kind hineinfließen und darin ist durchaus ein sehr problematischer Aspekt zu sehen. Doch die Spiegelnervenzellen können auch sehr viel Positives bewirken. Zum Beispiel sind sie entscheidend beim Lernen von Bewegungen beteiligt. Sie sind aktiv, wenn man bei einem Fußballspiel zuschaut, wenn beim Elfmeter plötzlich der eigene Fuß zuckt, geht das auf das Konto der Spiegelneurone. Dasselbe gilt für den Beifahrer, der beim Fahren zusieht, aber unwillkürlich selbst auf die Bremse tritt. Auch Spitzensportler nutzen den Effekt für ihr Training. Wenn wir sehen, wie jemand anderes irgendeine komplizierte Bewegung macht, wenn wir da zuschauen, dann nehmen unsere eigenen Bewegungsneuronen in unserem Gehirn diese Informationen auf und bereiten sozusagen die Handlung in uns selber nochmal vor, sodass wenn wir diese Handlung selber ausführen müssen, dass wir sie dann leichter tun können. Das ist der Grund, warum zum Beispiel Abfahrtsskifahrer, die vor einem Skirennen stehen, zunächst mal die Strecke, die sie hinterher abfahren, ablaufen, weil sie dann durch das Beobachten dieser Strecke schon die Bewegungen sozusagen vorwegnehmen, in sich aufnehmen, die sie dann selber anschließend machen müssen. Und dieses vorweg innerlich aufnehmen ist sozusagen die Bahnung für die bessere Performance später. Die Spiegelneurone sind die neurobiologische Erklärung für das Konzept des Lernens am Modell, also des Lernens durch Imitation und Nachahmung. Diese weit verbreitete soziale Lerntheorie hatte bereits in den 1960er Jahren als erster der Psychologe Albert Bandura formuliert. Darauf baut auch eine moderne Lernhilfe auf, die Videotherapie. In medizinischen Modellprojekten zur Rehabilitation von Schlaganfallpatienten wird diese Methode bereits eingesetzt. An der Uniklinik Lübeck lernen Menschen, sich mithilfe der Videotherapie wieder zu bewegen. Ist beispielsweise die rechte Hand gelähmt, wird vorher ein Videoclip gezeigt, auf dem die rechte Hand nach einem Ball greift. Nach der Beobachtung fällt es leichter, die Hand zu bewegen. Studien zeigen inzwischen, die ungewöhnliche Therapie wirkt. Und auch in der Psychologie hilft die Entdeckung der Spiegelnervenzellen, ein Krankheitsbild besser zu verstehen, den Autismus. Man weiß noch nicht, warum autistische Menschen ein solches Defizit im Bereich der Spiegelneurone haben. Wir wissen aber durch sehr viele Studien inzwischen, dass die Ursache des Autismus in einer Störung der Spiegelneuronen liegt. Und wir können jetzt natürlich in der Forschung anfangen, herauszufinden, wie lassen sich Spiegelneurone trainieren, um dann zum Beispiel solchen Patienten besser helfen zu können. Nicht nur bei der Behandlung von Autismus, auch im Bereich der Psychosomatik läuft die Erforschung der Spiegelnervenzellen zurzeit auf Hochtouren. Prof. Joachim Bauer leitet die Abteilung Psychosomatik an der Uniklinik Freiburg. Viele seiner Patienten leiden unter chronischen Schmerzen, doch ihr Körper scheint völlig gesund zu sein. Der Internist vermutet, dass diese psychosomatischen Patienten Schmerzen so stark erleben, weil ihre Spiegelnervenzellen besonders aktiv sind. Eine Studie soll diese These untermauern. An dem Test nehmen gesunde Menschen teil und Menschen, die unter chronischen Schmerzen leiden. Beide werden in einen Kernspin geschoben und während sie in der Röhre liegen, schauen sie sich Videos an, Filme, in denen andere Menschen Schmerzen empfinden, beispielsweise sich den Arm in der Autotür einklemmen. Die Forscher untersuchen nun, ob die Spiegelnervenzellen bei den psychosomatisch erkrankten Testpersonen stärker antworten als bei den Gesunden. Im Zentrum des Interesses der Grundlagenforschung steht zurzeit eine besondere Art von Spiegelnervenzellen, die sogenannten auditorischen Spiegelneurone, die am Hören beteiligt sind. Nachdem mithilfe der Affen die Nervenzellen erforscht wurden, die für Bewegungen zuständig sind, beobachten die Wissenschaftler mit Vorliebe nun Singvögel. Die große Hoffnung, über das Erforschen der Tiere besser zu verstehen, wie Menschen Sprache lernen. 2008 beobachteten Forscher der amerikanischen Duke University in Durham, wenn Vögel ihre Artgenossen zwitschern hören, werden in ihrem Gehirn dieselben Nervenzellen aktiv, wie wenn sie selbst ein Lied singen. Die Tonaufnahme, die den Vögeln vorgespielt wurde, lässt sich auf der Internetseite der Universität anhören. Ein Team um den Wissenschaftler Richard Mooney untersuchte den Gesang und das Gehirn von Sumpfammern. In einem Gehirnbereich, der für Gesang zuständig ist, entdeckten die Forscher Nervenzellen, die auf eine selbstgesungene Melodie genauso reagierten wie auf die gleiche Tonfolge aus dem Schnabel eines anderen Vogels. Diese Nervenzellen sind auch mit Bereichen des Gehirns verbunden, die beim Lernen von Gesängen aktiv werden. Die Biologen spekulieren, möglicherweise helfen den Menschen ähnliche Nervenzellen beim Erlernen der Sprache. Ähnliche Hinweise liefern auch aktuelle Studien im Bereich der Musikpsychologie. 2007 machten Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts in Leipzig eine spannende Entdeckung. Beim Hören von Musik sind im menschlichen Gehirn auch Bereiche aktiv, die den Kehlkopf aktivieren. Das Gehirn bereitet uns also beim Hören von Musik direkt auch auf das Mitsingen vor. Die Spiegelneurone werden erstaunlicherweise selbst dann aktiv, wenn man die musizierende Person, etwa einen Pianisten, nicht sieht. Trotzdem lassen sich die Bewegungen der Finger im Gehirn mitverfolgen. Eine Studie zeigte, wenn Pianisten einem schwierigen Klavierstück zuhören, spielen sie im Geist mit. In ihren Gehirnen sind beim Zuhören dieselben Nervenzellen aktiv, die sie benutzen, wenn sie selbst ihre Finger auf der Tastatur bewegen. Aber auch Laien können sich diesen Effekt zunutze machen. Wer Klavierspielen lernen will, sollte nicht nur selbst üben, sondern auch zuhören und wenn möglich zuschauen, wie ihm ein guter Pianist etwas vorspielt. Denn auch durch die unbewusste Arbeit der Spiegelneuronen wird er selbst besser spielen können. Die Entdeckung der Spiegelneurone scheint die Lernforschung zu revolutionieren. Und das Faszinierendste ist, auch die Spiegelnervenzellen selbst lassen sich gezielt trainieren. Wer in seiner Kindheit wenig Empathie und Mitgefühl erlebt hat und entsprechend weniger Spiegelneurone entwickelt hat, kann das später noch nachholen. Alle Systeme, die wir in uns haben, alle neuronalen Systeme sind einer permanenten Formbarkeit unterworfen. Wir haben das Phänomen der sogenannten neuronalen Plastizität. Dieses Phänomen ist in der Kindheit und Jugend besonders stark. Das heißt, in der Prägefase des Lebens ist die neuronale Plastizität, also die Chance, dass wir uns unter dem Einfluss neuer Umwelterfahrungen auch körperlich im Gehirn verändern, die ist in der Kindheit am größten. Sie hält durchs ganze Leben hindurch an, nimmt aber mit dem zunehmenden Alter ab. Trotzdem, auch mit 40, 50, 60, 70 Jahren kann man noch die Spiegelneurone entwickeln. Unbedingt, vor allem durch neue Erfahrungen mit Menschen, die zur Einfühlung fähig sind. Also das wichtigste Trainingsinstrument für die eigenen Spiegelneuronen bleibt der Kontakt und der Umgang mit anderen Menschen, die sehr viel Fähigkeit zur Einfühlung und zum Mitgefühl haben.